Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! Go, 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 go! Erstmal Massentrinken. Alter, drei Hundertstel! Die hol ich mir jetzt. Nee. Nee. Die holst du dir nicht. Oh Gott. Was mach ich da? Was mach ich da? Oh Gott, ey. Jetzt kommt halt schon die Kamikaze-Linie. Direkt beim ersten Run hier. Normal. Was mach ich da schon? Ach komm! Wer lässt sich sowas einfallen? Formel-1-Autos im Dreck? Ja. Das stelle ich mir aber lustig vor. Rallye mit Formel-1-Autos. Ich muss nur daran glauben, dass ich Nico Rosberg bin. Also ewiger Zweiter. Ah, der hat heute Qualifying gewonnen. Ja. Das heißt gar nichts. Und die letzten Rennen auch, ne? Ja, pff. Das kommt schon. Das ist Mercedes-Strategie. Ja, da bin ich mehr Zeit gefahren. Die wollen die WM erstmal spannend gestalten. Glaub ich schon. Ich glaube, auf jeden Fall, Ende der letzten Saison, dass es schon strategisch war. Ende der letzten war es strategisch. Dass er Rosberg gewonnen hat, wegen Vettel. Aber jetzt, am Anfang, ist es auf keinen Fall strategisch. Ja, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie komisch, dass bei Hamilton und so weiter heute schon wieder so ein Defekt war. Ja, das ist komisch, ja. Und das komische ist halt immer, dass es immer in letzter Zeit halt bei Mercedes ist, solche Sachen. Aber, wer weiß, vielleicht, vielleicht, ja. Hamilton hätte aber eh fünf Plätze nach hinten gehabt. Da haben die wahrscheinlich gesagt, beim Defekt war. Ja, ich war nie Ferrari-Fan. Ja, stimmt. Ferrari hat mir eigentlich nie wirklich gefallen, aber seitdem Vettel dort fährt, finde ich Ferrari echt gut. Die haben halt wieder, wieder hier Dings, ne, so den Siegeswillen halt irgendwie, der ist zurückgeknallt. Ja, sie sind viel sympathischer geworden, im Gegensatz zu früher. Was heißt, zu früher? Ja, zumindest meine Zeit. Ja, ich weiß nicht so. Warte. Waren Sie unsympathisch wie Sie Schumacher-Zeiten, oder wie? Ja, ich weiß nicht. Ja, was mache ich da? Ein bisschen, ein bisschen eingebildet. Alter, spinnst du? Was? Jetzt willst du es aber mit Gewalt, oder? Ja, ich will den ersten Platz jetzt. Was ist los? Bin ich nicht gekommen, um hier, was weiß ich, Ferrari-Fari zu machen? Bin ich gekommen, um zu gewinnen? Ja. Wie fährt ihr die Kurven? Mit dem Stick? Ich glaube, dafür fliegt ein Gamepad. Wobei, ach komm, kann ich bitte mal über beide Hügel auf einmal springen? Ja, mit Speed geht das. Ja. Ja. Ist mir schon klar, dass du Drogen nimmst. Oh Gott. Jetzt bin ich kackegefahren, glaube ich, oder? Ja, kann ich direkt wie es kommen. Das wäre so eine MD-Zeit. Nein, nein, nein! In der letzten Kurve. Fuck. Alter, du bist... Mehr als eine Sekunde vorn. Ja, so läuft der Hase. Du spinnst doch. Ich hab gesagt, ich will den ersten jetzt haben. Mann, komm schon. So. Jetzt geht's aber ab hier. Ist Eif hier zweiter oder was? Ja. Ja. Nerv bei dir, Eif hier. Ich kann nicht schlafen. Mann, wenn ich mal den zweiten Hügel nicht immer treffen würde. Wieso habe ich jetzt nur noch Ego-Perspektive, ey? Hä? Äh, irgendwas beim Stick getrückt? Ah, dann bin ich am Ende kackegefahren. Ja, so wird das überhaupt nix mehr. Rechter Stick getrückt. Ich hab schon keinen Bock mehr. Rechter Stick getrückt. Ja, rechter Stick. Mann, immer in der letzten Kurve bleibe ich dann hängen. Jetzt habe ich das versengelt. Ah, ja gut, wir sind durch. So. Oh, Mann. So, ich hole mal den Wiesel auf. Ja, holt mal auf. Eieiei. Ja, jetzt wolltest du es aber mit Gewalt, Fresh. Mit sehr viel Gewalt. Aber die Tatsache, dass jetzt nach über zehn Rennen der Abstand zwischen euch ist. Also war davor jetzt so heavy noch immer 300 zu. 300 zu was gerade. Und jetzt ist es über eine Sekunde. Ja, aber das kann sich ja gleich wieder drehen. Ach, eine Sekunde holst du nicht mehr. Ach, komm. Da kommt den Sekunde quasi schon. Da ist quasi schon auf. Ja, ja. Komm. Mach ihn auf. Sauf dir einen an. Mach ruhig. Ich sollte ihn gleich schon mal in den Kühlschrank stellen auf jeden Fall. Ich hasse die Formel 1 Autos. Das hilft nicht. Auch durch die müssen wir durch. Ach, komm on. Bäm. 18, 12. Okay. Direkt mal eine Zeit hier rein, Meister. Damit man hier den Druck erhöht auf MG. Ach, ich bin drucklos. Ich weiß, da kommt noch viel. Noch sehr viel. Wieso das? Fragezeichen, Schatz. Fünf Sekunden auf die schlechteste Zeit obendrauf. Ich will nicht sagen, aber Alex ist vor MG. Jaja, bei DNF. Schatz. Ich wollte gerade sagen, I feel ist auch vor, äh, I feel, vor I feel ist er auch. Aber I feel hat eine Zeit gebraucht. Also eine bessere Zeit. Ich hoffe, dass du es gehört hast. Ah, was mache ich? Ah, ja, sie hat es gehört. Perfekt. Oh, come on. Alter, Fresh, du spinnst. Was denn? Ohne Witz. Das war meine erste Runde, ne? Also, ich kann jetzt nichts erfüllen, gerade. Was mache ich da? Aber vielleicht kann ich die noch retten. Aber vielleicht kann ich die noch retten. Wie sagt man, er hat sich das Eichhörnchen? Komm, rette ich die noch? Boah, nur eine Zehntel hinten. Ja, eine Zehnte ist halt wieder eine Zehnte, die ich aufhole. Die ich Abstand gewinne. Ja, bis jetzt ist es ja noch nicht vorbei. Da ist erst die Hälfte Zeit um. Da kann ich noch kommen. Na, irgendwer anders kam jetzt erstmal. Ja. Alex ist erster, was? Was? Respekt. Respekt, Junge. Alter, 17,90. 94, Entschuldigung. Ja, ich hab 17,90. Aber Respekt, Junge. Es geht doch. Einfach nicht die Flinte ins Korn werfen. Ah, was mache ich da? Reicht schon, wenn der Controller fliegt. Ja, die Stimme aus der Ofer. Ach, ich verarsche mich doch. Werd ich jetzt letzter? Werd ich jetzt wirklich fucking letzter? Ah, Mist. BÄM! BÄM! Da ist der Erster. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Das musste raus. Das war ein BÄM vor dem Herrn. Ah, was mache ich da? Jetzt werde ich nervös. Jawohl! Alter, da catch mich ihr schon wieder. Die übertreiben richtig. Alter! Nummer 600stel. Respekt, Eivir. Das ist der Erster. BÄM! Jetzt kommt der auch noch. Willst du mich farschen? Boah, aber wie geht das? Das ist die. What? Noch eine Minute. Also alles ist drin auf der Map. Ach, Mist. Da war ich auch kacke. Der ist echt alles drin. Zum Glück ist die Strecke so scheiß kurz. Was hab ich denn da noch rausgeholt? Ja, vor allem wo? Ja, weiß ich auch nicht. Ah, jetzt hab ich kacke. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, wie ich selber das gefahren bin. Ja, frage ich mich auch gerade. Es war so ein Momentum. Wir haben alle krasse Zeit, ne? Ja, solche... Oh, Natsa hat sich auch nochmal verbessert. Oder? Nee. 94, ne? Aber ist trotzdem eine krasse Zeit. Ja, ja, klar. Du bist definitiv auf einem 64-Slot-Server unter den Top 10. Nein, dann kann ich noch fahren. Scheiße. Ich nicht mehr. Nice. Ich hätte gerade den Trick gefunden. Echt? Ja. Kann Screenshot machen. Definitiv hätte ich den Trick gefunden. Oh, come on. Screenshot. Hab ich gemacht. Oh, man. Ich hätte den Trick gefunden. Ja, egal. Tut das gut, weiter Vorsprung zu bringen. Das macht jetzt nicht unbedingt das Kraut fett. 2 Zehntel. 2,4 Zehntel. Und Natsa, du warst jetzt auch gut. Wahnsinnig gut. Ja, trotzdem letzter. Ja, ist ja egal. Ja, guck mal auf die Zeiten. Ja, das kommt schon noch. Das kommt schon noch. Zweimal DNF von i4 und du bist dran. Ja. Was kommt jetzt für eine Mappe? Ja, jetzt bin ich gespannt. Die 39. Oh, my goodness. Ja, die werden halt immer schwieriger. So ist es ja nicht. Jetzt wird halt durchfahren immer mehr und mehr Pflicht. Nur einmal fahren und dann gucken, was die Map so hergibt. Wow. Ah, ich komme wieder runter. Ich komme wieder runter. Auch an der richtigen Seite? Ja, ja. Okay. Sonst hätte ich es nicht gesagt, dass ich runtergekommen bin. Jetzt überschlagt nicht mich hier. Boah. i4 am Ende nochmal überholt. Crash hat extrem aufgeholt. Also auf der Map hast du... Sag mal, die Zeit, die du jetzt gefahren bist, kannst du locker eineinhalb Sekunden noch. Mindestens. Ja, ja, klar. Ja, leicht. Ja, leicht. Ich bin hier unten hat einer immer gegen die Bande. Die Strecke wird auch so ein Scheiß wie, was weiß ich, 26, 27 möglich sein. Aber da musst du echt tryharden. Egal, ich liege schon fünf Sekunden hinten. Ja, jetzt... War erstes... Du bist einmal... Einmal durchgefahren. Immer diese gleiche... Gleich-Demotivation bei dir. Ja, was soll mich denn hier noch großartig motivieren? Die geile Zeitfang gerade. Ja. In der Runde der Fahrt. Einfach mal Erster werden. So weit Eis anspornen. Oder mal... Grad. Das ist ein Erster gerade. Ich hab' ich gerade so noch bekommen. Aber ich schätze i4. Was mach' ich da? Scheiße. Na komm! i4 ist echt... Und MG ist auch noch vorne. Come on. Es geht doch. Obwohl er so rumschreit hier. Ah, ich hab' ja nur Kacke gebaut. Am Schluss. Da hätt' ich i4 noch einen Locker holen können. So, komm. Ja, 4. Come on. Was will man da noch sagen? Dass du scheiße bist. Ach, come on! Alter, Nats ist auch vor mir. Sauber. Respekt. Na, was eier ich denn da? Ich hatte ne Sekunde. Ne fucking Sekunde. Und was passiert? Ich überschlag mich, weil ich da nicht richtig hinkomme. Ja, du wirfst sie einfach weg, die Sekunde. Ja. Nein, was ist denn das? Ich hatte zwei Sekunden. Boah, Alexis! Ach. Was? Alexis, ja. Sauber. Da kommt doch der Ansporn. Ei, ei, ei. Das gibt's nicht bei der Map. Da darf ich nicht so verkacken. Tust du aber. Ne, ich komm schon noch. Keine Sorge. Ja, was du privat machst, ist uns relativ egal. So, komm, gut durch die Kurve. Ne, nicht mal ansatzweise. Jetzt einmal gut aufkommen, come on. Alter. Immerhin mal vor. Oah. Ja, aber MG, wir haben dieselbe Zeit. Hahaha. Super. Bringt uns wahnsinnig voran hier. Mann. Ich werde schon hüppelig auf meinem Stuhl. Aber total. Der Wahnsinn. Come on, jetzt. Ja, Mann. Oh. Oh, sogar Eifel geholt. Geht doch, ey. Was mache ich jetzt? Yes! Oh. MG, übertreib. Hiesel. Aber machen, was man will. Wieso? Ja. Dranbleiben. Ja. Du wirst immer besser. Man merkt es doch. Jetzt komm. Nicht so demotiviert. Das wird schon. Ich sag mal, es ist locker noch auf MG, ist nochmal eine halbe Sekunde drin. Ich hatte nämlich vorm Ziel 1,61. Du wirst auch schon mal zwei besser und so. Ja, kann ich? Ja, kann's. Wuh. Da komm ich wieder ran an Fresh. Ach. Das macht schon einiges aus hier. Hey, ich hab mich sogar in der Welt und in Deutschland verbessert um einen Platz. Nicht 8 und 3. Ja, das war jetzt die erste Verbesserung im ganzen Turnier gerade. Bitte ich? Ja, ja. In der ganzen Tour der Trackmania 3. Ich will übrigens nichts anprangern, aber der Dateiname von Trackmania-Zeiten ist falsch geschrieben.